Wir haben das Glück auf unsere Seite gezwungen, wir haben auf das Goal geschossen und sind die Scheibe reingekommen. Das haben wir sicher besser gemacht, aber im Allgemeinen war es nicht ein Topspiel von uns. Jetzt konnten wir glücklich gewinnen und hoffen, dass wir im nächsten Spiel eine bessere Leistung zeigen können.